Mein Vater hat immer sehr kleine Autos gekauft, sehr günstige Autos. Er war ein sehr günstiger Mann. Wir hatten also alles, um zu Hörgrinzhausen zurück zu bringen. Ich war ungefähr sechs Jahre alt und wir packten das ganze Auto voll von Sachen. Wir packten, packten, packten und wir packten das ganze Auto voll, dass es uns nicht mehr Platz gab. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. So, einen kleinen Toast mit Rührei oder mit Putenwiener. Ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Ich esse nur noch Gemüse und Obst. Naja, das ist auch eine sehr gute Sache. Einfach machen, sonst funktioniert es nicht. Zumindest bei mir ist es so. Sag mal, hast du was zum Anziehen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020